Guten Tag, guten Tag, heute wieder Big Baba Bubu Video und zwar bauen wir heute im Craft Attack einen Parcours mit IQ-Tests und so Skill-Dinger und lassen dann random YouTuber den laufen und der mit der kürzesten Zeit bekommt 100 Euro. Aber bevor ihr das alles seht, lasst bitte einen Big Baba Bubu Sub da Jungs, denn wenn wir diesen Monat noch die 100.000 knacken, zeige ich mich nächsten Monat. Und wie immer liken, kommentieren, kommentieren, kommentieren und bis zum Ende schauen und ja. So, wir suchen jetzt einen Ort, wo wir den Parcours machen, ja man. So Jungs, ich sag jetzt, wie findet ihr das hier und ihr übertreibt komplett und schreibt he crazy, oh mein Gott, das ist so geil. Ey Jungs, wie findet ihr diesen Platz hier? Ich glaub hier könnte man echt einen Parcours machen. Meine Videos sind real, deswegen lasst ein Like da. Wir brauchen aber nur noch ein Thema für den Parcours. Und, ah, Bunnen ist eine actually gute Idee, Jungs. Dann machen wir so jede Stage eine Farbe, das ist so geil. Wir machen den ersten Parcours aus Erde, Jungs, weil ich keinen Bock hab zu farmen. So, jetzt brauchen wir nur die Idee für die erste Stage, Jungs. Hat jemand eine? Ja Jungs, ich brauch jetzt die Idee für die erste Stage. Ich brauch jetzt die Idee für die erste Stage, Jungs. Aber ihr hört mir halt überhaupt nicht zu, das ist das Problem. Wasser, Messer, Jungs, eine Stage! Ich mach sie aus Erde! Entweder Jump, Run oder irgendwie Shiker. So, wir bauen jetzt einfach einen Raum, weil mein Chat dumm wie scheiße ist. Jungs, ich hab ne Idee, Jungs. Man muss so, so machen. Aber den Knochen muss man sich auch halt nehmen. Dann holt man sich hier so Knochenmehl, geht hier hin, bumm, bumm und easy. So, kommen wir zu Stage Nummer 2. So, wir machen jetzt die zweite Stage, ein Bootsparcours, weil Boot ist das beste Item der Welt. Jungs, findet ihr das geil? Könnt ihr jetzt bitte alle Oh mein Gott Ja reinschreiben? Alter, geil, Mann. Lasst ein Like da. So, auf jeden Fall macht man hier Bootsen oder geht man hier so durch. Dann ist beim nächsten Parcours das geil. Oh, es hat geklingelt, Jungs. Es hat geklingelt. Mein Basti-GG-Kistel ist vielleicht da. Ja, hab ich fucks aus. Fucking Basti-GG bei mir. Geil. So, Jungs, hat jemand ne Idee für den dritten Teil vom Parcours? Escape Room. Okay, Jungs, wir bauen jetzt einen Escape Room. Das könnte das für der Einzige auf dem Server. Ihr seid alle Hure. Oh mein Gott, Digger, ich dachte kurz. Digger, halt 2 Meter. Es gibt irgendeine Regel, die sagt, ich darf das nicht. Wo soll ich jetzt mein Eisen klauen? Hat er wenigstens noch Eisen? Oh ja, hat er. Danke, Heiko. Jungs, wir müssen ganz kurz Dias fahren gehen. Und das seht ihr dann nach dem Schnitt. So, wir haben jetzt Dias gefuckt und wir gehen zurück zum Shop. Wir machen hier so Schalkis hin. Boah, das ist geiler Parcours, Liga. No joke. Okay, wurde einer von euch schon mal auf 100% Serious gemobbt, weil er mich geschaut hat. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, YouTube. Ich rede auch mit euch. Stage 4 war dann einfach nur so ein Kackweg. Kommen wir zu Stage 5. Wie macht man das nochmal, dass man hier durchbauen kann? Oh, es klappt, Jungs. Geil. Wir machen jetzt einen Unterwasserpack. Oh mein Gott. Okay, dann machen wir jetzt die Powerplot Event. Wenn jetzt nicht gleich jemand reinzappt, töte ich dieses Schwein. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Fuck. Es tut mir leid. Digga, das war auch so richtig. Ich dachte gerade irgendwie, wir warten darauf, dass ich das töte. Wollen wir zum Schluss eine Trap bauen, Jungs? Dass die dann so sterben und alles verlieren? Das wäre lustig. Das wäre echt geil. Digga, lass das mal echt machen. Hehehe. Und wenn man jetzt da durchgeht, explodiert alles. Sagt ehrlich. So, wir sind jetzt fertig mit dem Parcours und dann würde ich sagen, kommen die Teilnehmer jetzt nacheinander. So, Veto. Hallo erstmal. Guten Tage. Das muss zweimal guten Tag sein. Guten Tag, guten Tag. Leg mal alle deine Items hier hin. Hehehe, wahrscheinlich mache ich das. Ja, okay. Ne. Na, voilà. Die bleiben da. Das ist so spinnt sozusagen. Wenn du der Schnellste bist, kriegst du 100 Euro. Was? 100? Ja. Beim ersten Raum darfst du nichts abbauen außer Lauf und eine andere Sache. 3, 2, 1, go. Okay, was habe ich hier? Ich habe ganz viel Eisen. Einen Barrel. Ich darf keine Dings abbauen. Keine, 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 keine. Keine Blätter. Was könntest du mit dem Eisen craften vielleicht? Hä? Ja, okay. Mein Gott, da ist ein Schlüssel. Hast du etwas entdeckt? Das darfst du platzieren, wenn du willst. Ja. Okay, dann werde ich hier alles komposten. Oh mein Gott, du bist so spaz. Was? Oh mein Gott, du bist so spaz. Aber ich hätte doch die ganze Zeit schon, also, ich hätte einfach durchgehen können. Egal, ich bin im Ziel, dann werde ich mal nach oben gehen. Ja, ich habe es geschafft, obwohl ich mit Fighters nur spiele. Aber er hat hier eine Freundin von uns beiden. Äh, mir fällt gar nichts auf. Was soll das? Mir fällt gar nichts auf. Was fällt dir auf? Dass du hilft. Stimmt, hier kann ich ja gar nicht hoch. Hey, ich habe einen Block bekommen. Geil. Okay, wie lange bleibt er da draußen? Oh mein Gott. Nein, oh nein. Das war echt gut. Und jetzt hier einfach Parcours, oder was? Ja. Eine Freundin. Du bist so smart. Unten. Ich habe es gefunden. Ja. Das ist eine Pfanne. Okay. Jetzt halt mal dein Maul. Halt deine Fresse. Ich habe alle Biome gebaut. Komm, Tugo. Du musst sie jetzt bewerten. Leg mal bitte deine Items hier in diese Truhe rein. Was, wenn nicht? Dann doch. Wenn du diesen Parcours als schnellsten machst, kriegst du 100 Euro. Niemals. Niemals. Ich zeige jetzt die Hunde. Ich kann nicht machen, wenn du willst. Hier sind die 100 Euro. Los. Jetzt. Jalla. Oh mein Gott. Hier sind 17 Eisen drin. Was soll ich denn damit machen? Und hier ist laut. Aber was kann... Überleg mit deinem Kopf. Ich hätte eine Schere machen sollen, oder? Ja. Und ich darf keinen Lauf platzieren. Das darfst du platzieren. Aber, hm. Wie kommt man da hoch? Hä? Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Du hast mir gesagt, ich darf platzieren. Okay, dann werde ich nun hier Dünger produzieren. Und mit der Kacke von Tebaran werde ich den Chunk wachsen lassen. Du musst da drauf stehen, du Vollidiot. Was denn? Hä? Was denn? Hol dir hier ein Boot raus. Okay, habe ich. Ja, und jetzt musst du Jump'Run machen. Ach so, ich muss das Jump'Run machen, oder? Ja. Hey, let's go. Was muss ich hier machen? Sag schnell, was ich machen muss. Ich bin eingefroren. Hey, zählt das, zählt das, oder wie? Jürgen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich rutsch aus, ich rutsch aus. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, weiß da. Es geht auch mal willkommen zu Crafts. 9. Hätte ich Chukus ein paar Kunden? Nein, nein, nein. Was passiert denn jetzt? Boom, ich bin gestorben. Oh je, nein, nein. Warte, warte, warte. Ich brauche noch den passenden Emote, okay? Ich werde den Anlauf nehmen. Ach so, ich muss hier noch drunter und früher, oder was? Ja, ja, genau. Du musst einen, ich kriege keine Luft. Du musst einen. PPL, ich bin PPL. Hä, warum? Ja, weil hier ein Block abgebaut wurde. Das ist doch so. Geil, Alter. Wir warten doch. Und jetzt habe ich es geschafft. Geil. In 3, 2, 1, go. Machen. Ob wir es. Ja. Oh, was ist das für ein Block? Was ist denn das? Nein. Jetzt kann ich mal Tevaran. Das hast du jeden Tag gemacht. 10.000, 7.000 Mal und dann, ja. Würdest du Tevaran auch auf YouTube schauen? Ne. Oh Gott, ist das jetzt hier ein Boot? Alter, krass. Wie crazy. Oh, ich habe es sogar ohnehin mal, warum es zu berühren geschafft. Hey, wie krass. Warum? Ich finde ich viel krass, oder? Das Gras berührt zu. Alter, das kann ich aus meinem Video. Nein, die Schreien jetzt, wir machen Video. Nein, oh mein Gott, Junge. Sorry, ich geschrien habe. Hier, so geht das. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, sag doch, dass es so einfach ist. Ja, wenn es so einfach gewesen wäre, hätte ich den Easy First Strike geschafft. Was ist das, Frage? Ja, das ist, war cool. So, jetzt kommen wir zu der letzten Stage. Hallihallo. So, das alles war ein Prank. Toll, am Fallschlag gestorben. Ey, du bist auch gestorben. Das sind nun meine Items. Willst du nicht vielleicht mal in die Kiste reinschauen? Digga, ja, so, keine Ahnung, was sollst du sein? Was kannst du mit Eisen kraften? Ein Eisenblock, du Big Brainer. Ja, nee. Ja! Also ich soll hier rauskommen aus dem Raum? Ja, genau. Und dann ist, du darfst es nicht platzieren. Hast du nicht gesagt? Doch, das habe ich gesagt. Ich mache hier rein, ja. Und was machst du damit? Ja, ich f*** so, Digga. Oh mein Gott, du bist so smart. Hey, guck in die Tour rein. Ja, habe ich schon. Ja, was machst du? Ich nehme das Boot raus, hä? Ja, okay. Digga, du bist so smart. Warum machst du diese räudige... Ich kann diese Jumps nicht. Ich schwöre, ich kann sie nicht. Ja, oh mein Gott, ich helfe dir. Du bist scheiße. Was ist das denn? Alter. Oh, okay, okay. Warte, warte. Warte, ich muss das Timing checken. Okay, ja. Oh, gut. Gut. Oh mein Gott. Überleg ganz stark. Oh mein Gott. Oh, du musst dich durchpressen. Oh mein, ich bin so ein voll Idiot. Oh, was? Ich hoffe, das geht nicht in meine Wertung mit rein. Oh, jalla. Hast du die Stoppuhr bereit? Ja. Warte, was muss ich... Ich muss einfach nur hier rauskommen? Du musst da rein. Okay, und was... Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, geil. Gib ihm brah. Bin da, was jetzt? Jetzt guck, tu. Was machst du damit? Was darf ich machen, abbauen? Was darf ich tun? Hä, war da was drin? Nein. Hier, hier, hier. Hey, es war meine magische Zeit, Hugo. Hallo. Oh, weiter. Ja? Hä? Ja, und jetzt... Warum hätte ich nicht einfach hier durchlaufen können? Ja, weil du dumm bist. Oh mein Gott. So, jetzt weiter. Ist das scheiße. Weiter, weiter, weiter. Deine Zeit. Ich muss doch analysieren. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Ey, jetzt mach keine Pressure. Das war gut. Sehr gut. Hast du die Shilko-Boxen von mir geklaut? Nee, die hab ich gekauft. Glaub ich dir nicht. Hab ich wirklich gekauft. Oh mein Gott. Nein, nein, der ist in der Hallo, hallo. Du bist so kacke. Das ist insane. Du bist, glaube ich, der Schlechteste. Also, ja, ist okay. Du hast eh ver... Ja, mach weiter. Bord dich hoch. Ja, mach weiter. Dann würde ich an deiner Stelle aufpassen. Warum? Weiß nicht. Hugo, ich sterbe. Nein, du stirbst nicht. Finde den Ausgang. Hallo, du hol... Ticca, deine Stimme gerade. Komm hoch. Nein. Ja, komm hoch. Ja. Und gewonnen hat... Scheißegal, weil eh keiner das Geld kriegt. Tschüss.